Das Forschungs- und Innovationszentrum NEST hat uns von ListaOffice L.O. von Anfang an begeistert. Die Idee, einen Ort zu haben, eine Plattform, wo schon früh Produktideen ausprobiert werden können und die Erkenntnisse aus der Nutzung in den Produktentwicklungszyklus einfließen. ListaOffice L.O. als Büroausstatter konnte im NEST verschiedene Zonen bespielen und in diesen Zonen konnten wir wertvolle Erkenntnisse gewinnen über Fragebogen, Interviews, Beobachtungen oder als Nutzer im NEST durch die Selbsterfahrung. Diese Erkenntnisse fliessen ein in den Produktentwicklungszyklus. In der Synthese evaluieren wir, was funktioniert und eben nicht funktioniert. Wir entwickeln Ideen, wie wir das Produkt auf eine nächste Stufe bringen. Wir bauen wieder eins zu eins die Prototypen, die wiederum ins NEST hineinkommen und installiert werden. Dank dem NEST sind aus diesen Produktideen marktreife Produkte entstanden. Die Zusammenarbeit mit der Unit Me2Create und uns als Büromöbelhersteller ListaOffice L.O. ist erfolgreich. Die hier eingesetzten Produkte sind mittlerweile auf dem Markt etabliert und werden erfolgreich verkauft. Es ist eine Win-Win-Situation. Zu einem profitiert unsere Entwicklung über die agilen Prozesse und zu anderem unsere Kunden von den neuen Möbeln.